Moin Leute, was geht ab und damit jetzt zu kommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ja Leute, ziehen wir mal wieder meine wöchentlichen und natürlich auch meine monatlichen Top 100 Preise. Das heißt, wir haben 44 rote Informs, eine Ikone und noch 11 Informs, dazu noch ein paar 100 Carpacks. Also einiges am Start für euch, eigentlich wie ich immer sage, mit so das coolste Video im ganzen Monat. Und ich muss auch ehrlicherweise zugeben, wahrscheinlich erstmal auch eines der letzten Videos erstmal, wo ich in die monatliche Top 100 komme. Denn ich werde jetzt diesmal wirklich nicht im nächsten Monat spielen, zumindest nicht alle 5 Wochen vielleicht die eine oder andere. Also jetzt noch die erste vielleicht, aber danach bin ich immer auf einigen Turnieren oder so und so weiter und so fort. Ihr wisst ja auch, dass der Monat Februar ein Qualifikationsmonat war. Aber ihr habt leider noch nicht die letzten 10 Spiele gesehen, die werde ich euch wahrscheinlich irgendwann nochmal im Laufe der nächsten Woche zeigen. Aber ich habe das einfach unter der Woche leider nicht wirklich hingekriegt, denn ich war noch auf anderen Terminen und so weiter und so fort. Und hier haben wir auf jeden Fall unser Team of the Week. Ich nehme das Ganze jetzt auch erst am Freitag auf. Das heißt, ihr seht zum Beispiel jetzt so ein Savic, hat ja vorher eine Praxis, halb bis 400k. Habt ihr zum Beispiel, als Beispiel, er hat zum Beispiel Julius gesehen, denke ich mal. Der hat den ja gezogen aus einem Elite-3-Pack, der ist jetzt bei 460 so ungefähr. Wäre immer ganz cool, wenn wir den ziehen könnten. Der ist halt einiges wert und ist, glaube ich, nicht so schwierig zu ziehen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir, wenn wir keinen von den Ziehner sind wie Rakoa Reshma, als Besten immerhin hier noch den guten Emre Can haben. Der wäre auch nochmal bei über 100k. Ansonsten schauen wir einfach mal. Suarez wäre natürlich überragend, aber naja, wir bleiben einfach mal realistisch bei dem Monatlichen. Wie immer, wir haben möglichst Spieler mit einem sehr, sehr hohen Rating für die ganzen SBCs. Ich brauche wirklich eigentlich keinen, auch von den Icons oder so. Von daher will ich euch jetzt nicht irgendwie mad machen, wenn ich mich da jetzt nicht wahnsinnig drüber freue, weil ihr kennt alle mein Team. Wir holen aber einfach mal unsere Preise ab. Ich will ja gar nicht so lange drum herum reden. Platz 11 kam ich im Monat. Es war ein bisschen ärgerlich. Ich wollte eigentlich unter die ersten 10 kommen und ihr werdet es dann sehen in den ganzen Spielen. Ich kam zumindest auf Platz 11. Es ist natürlich auch sehr gut. Wir kriegen unser Top 100 Trikots, bin dafür natürlich auch noch qualifiziert und unser Top 100 Set. Und ansonsten hatte ich ein 39 zu 1. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe Spiel 39 verloren und habe da sogar auch schon 2-0 geführt. Und deswegen muss ich sagen, war ich ein bisschen mad, dass ich halt nur in Anführungszeichen 39 Siege hatte, weil die 40 wären halt locker drin gewesen und dann wäre ich auch auf Platz 4 oder so monatlich gewesen. Ich kann es nochmal ganz kurz zeigen. Hier 157 zu 3 hatte ich jetzt hier. Also es geht vollkommen in Ordnung. Ich glaube, Sarko wird ja auch nicht teilnehmen. Viele von euch haben das ja auch mitbekommen. Also werde ich schon mal auf Platz 10 vorrutschen. Und dann bin ich ja doch in der Top 10. Aber wie auch immer, wir werden jetzt mal hier schauen in den Shop und da seht ihr die ganzen Sets. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz normal klassisch mit den 100 Carsets und arbeiten uns dann vor. Und schauen mal, ob wir denn vielleicht in den 100 Carsets irgendeinen von den neuen Upgrades ziehen. Es gibt ja auch ein paar halt Upgrades, die ich extrem cool finde, weil es halt auch noch Schalke-Spieler sind. Also sowas wie Naldo oder Embolo in Rot müssen natürlich heute drin sind. Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Ansonsten haben wir Hövel. Der hatte ja auch noch gestern Geburtstag. Spielt ja aktuell nicht bei uns. Aber mal schauen, was die Zukunft noch so bringt. Wir haben ja noch Ashley Young. Die werden wahrscheinlich alle jetzt nichts wert sein. Ich speichere einfach mal so die 82er. Die sind ganz gut auch für die Prime-Icons oder Leihspieler. Die kosten ja eigentlich relativ wenig, also nur ein 82er-Rating. Dafür kann ich jetzt alle mal mitnehmen. Da kann ich sie später mal machen. Vor allem sowas so wie Maradona. Den werde ich nämlich vielleicht in der Weekend League einfach mal spielen. Und dann schauen wir mal, was das nächste Set uns so bringt. Spanien ZM. Chelsea Fabregas. Hat der ein Upgrade bekommen? Ne, hat er nicht. 86er-Rating ist aber gut. Den habe ich schon als Supplikat. Ihr wisst ja, ich habe extrem viele Spieler da einfach reinvestiert. Bei dem chinesischen Neuen. Die kann ich auch alle mal speichern. 81er-Rating. Harit Upgrade. Das ist natürlich mega nice. Den habe ich jetzt schon mal als First Owner. Ich habe erst am Mittwoch noch mit ihm über seine Karte gesprochen. Da haben wir ja noch diese Silberkarte. Ich kann euch hier ganz kurz mal ein Bild einblenden. Und er meint halt, dass er hofft, dass er halt auch ein Abbild kriegt. Und Diekmeier, den werde ich auch auf jeden Fall mal umhalten. Ansonsten Czesk Fabregas, den packe ich auf den Transferstapel. Also auf jeden Fall richtig nice. Und ich würde sagen, direkt nächstes 100k Set hinterher. Dann schauen wir mal. Das wird eine Man-of-the-Match-Karte. Brasilien. ZDM. Aber das ist dieser Fred. Hätte ja sogar auch Grießmann oder sowas sein können. Schade. Ich meine, Fred. Immerhin eine Special-Karte. Immerhin eine Man-of-the-Match-Karte. Immerhin sowas ähnliches wie eine Ikone. Weil wegen den Flaggen halt. Also nicht wegen den Flaggen, sondern wegen diesen, wie man es auch immer nennt, Schnuppen. Und ja. Draxler hat auch kein Upgrade bekommen, soweit ich weiß. Arturis, paar 83er. Das Pack war aber auf jeden Fall das Beste. Fred wird nur 10-15k wert sein. Brauche ich gar nicht so großartig nachschauen. Ansonsten schauen wir mal, ob wir einen Upgrade oder so drin haben. Ich weiß es gar nicht. Moll könnte gut ein Upgrade sein. Und nochmal Harit. Ich glaube, ganz ehrlich, bei dem ersten Mal dachte ich mir noch, ey yo, cool. Und jetzt wird er in den nächsten 53.100k Setz, die ich öffnen werde. Das ist ein so ein Spieler, der ist immer drin. Denn ich glaube, dass ihr wisst, was ich meine. Also wenn man jetzt da mal ein bisschen drauf achtet. Ich denke mir, der wird jetzt in jedem zweiten Pack drin sein. Aber egal. Harit geht ja auf jeden Fall nochmal ab. Und von daher bin ich richtig happy, dass der jetzt plus 6 nach oben bekommen hat. Und ja, wir haben jetzt noch 11 Informs. Wie gesagt, Sarit wäre überragend. Das wäre einer der wertvollsten Spieler, die ich jemals hatte. Damit wäre ich voll zufrieden. Auf jeden Fall bitte nicht Spanien oder Portugal als Flagge. Mit einem anderen wäre ich noch ganz zufrieden. Oder wenigstens dann einen, er wird schon über 100k. Aber naja, wir schauen mal. Wir machen es einfach auf. Und danach, ganz ehrlich, fast noch viel wichtiger sind die Monatsrewards. Und wir gucken einfach mal, wen wir hier ziehen. Und wir ziehen Savic. Jawohl, Savic. Ich glaube, ich habe im letzten Video gesagt, ich habe ja in der letzten Woche Cavani Inform gezogen. Da habe ich gesagt, das ist so, auch so von dem Rating her, so einer der besten Spieler. Oder da habe ich zumindest den besten Spieler gezogen, so vom Rating her. Ich glaube, das mit den 400k ist mein zweitbester Spieler in ganz FIFA 18. Mein bester war, glaube ich, Aubameyang von Arsenal. Der war 500k wert. Ansonsten, ich glaube, ich habe nie in den Inform gezogen, über 200k, 300k in diesen Sets. Savic ist auf jeden Fall ein Goldjunge. Im Schalke-Trikot, ich werde ihn natürlich direkt verkaufen. Denn er hat zwar extrem starke Werte, muss ich sagen. Aber, ja, gegen Villara, gegen Rulid, macht auch ein Savic. Zumindest noch nicht. Wir warten mal auf seine Team auf der Season-Karte. Aber erstmal will ich ihn zumindest wahrscheinlich nicht spielen. Aber wir schauen mal. Vielleicht ist ja noch Emre Can drin. Das wäre einfach ganz nice. Asenjo ist drin. Emre Can ist leider nicht mehr drin. Aber, okay, damit bin ich trotzdem zufrieden. Hauptsache Savic. So rum ist es natürlich deutlich besser, als wenn wir keinen Savic haben. Und dafür Can. Und, ja, der geht mal für geschmeidige 460.000. Wer geht ja, moin. Also, das heißt, damit mache ich mit dieser Weekend League auch schon wieder, naja, die anderen Spieler werden es alle nicht so viel wert sein. Asenjo gucke ich nochmal ganz kurz. Aber, denke mal, die beiden eher so 50k. Genau. Die beiden so mit der Steuer, sage ich mal, so bei knapp 500k. 520, 540 und die alle 10k. Das sind nochmal 6, 7 Stück. Also so knapp 600k. Ja, so 850, wenn es gut läuft, 900k mache ich mit der Weekend League. Das ist auf jeden Fall extrem nice. Da kann man wieder ein bisschen sparen auf die Prime R9 und Prime Bullet SBC. Das mache ich ja. Ich warte ja eigentlich nur noch auf die beiden. Und übrigens, ich will es jetzt schon mal sagen in einem Video, dass ihr es schon mal da gehört habt. Ich habe die grandiose Idee gehört. Oder, also das ist jetzt überhaupt nichts Offizielles. Das ist halt einfach nur das, was wir mal so in den Raum geworfen haben. Und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben. Und zwar dachten wir uns, dass man für R9 Prime vielleicht 11 Ikonen abgeben muss. Denn wenn man das so hochrechnet, eine Ikone kostet so 4.000 bis 500.000, dann machen die vielleicht halt ein Rating von, weiß nicht, 88, 89, dass man nicht nur diese 85er-Icons halt da reingeben kann. Und dann hat man praktisch so für den besten Spieler des Spielzums, sondern halt 11 von den anderen Besten abgeben. Ich fand das gar nicht so blöd, denn wenn man das sich sonst mal anschaut, ansonsten bräuchte man ein, weiß nicht, 91er-Rating mit einer Ikone und ein 92er-Rating mit einer Ikone. Wie soll das großartig gehen? Das war zumindest mal, ich will es einfach mal so in das Video hier halt reinwerfen. Und ihr könnt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich finde das zumindest gar nicht so blöd. Und vom Preis her kommt das einigermaßen hin. Und dann muss man vielleicht noch ein, zwei andere Challenges machen. Aber egal, wir ziehen auf jeden Fall heute unsere nächste Ikone. Die werde ich natürlich sehr wahrscheinlich eh wieder eintauschen. Und wir schauen einfach mal. Wir lassen nochmal ganz kurz das Revue passieren. Und dann ziehe ich auch das Pack versprochen. In der ersten Woche, im ersten Monat hatten wir glaube ich Raikard. Im zweiten glaube ich Desai. Im dritten Ronaldinho. Und im vierten Hernandez. Und jetzt kommt der fünfte. Oder habe ich eins vergessen? Ich weiß es eigentlich schon gar nicht mehr. Ich glaube, so war es. Also ich habe zumindest diese vier Ikonen einmal gezogen. Und ich hoffe natürlich auf den roten Naldo oder den roten M. Und ansonsten ein paar 90er. Roter Cristiano Ronaldo wäre auch ganz nett. Aber was soll ich mit dem? Aber egal, wir öffnen uns einfach mal. Come on. Wir schauen mal, was drin ist. Bitte nicht schmeicheln oder Lippen machen. Dann wäre ich schon voll zufrieden. Come on. Rui Costa oder Deco. Deco 87er. Der Kollege sagt jetzt hier einmal Hallo. Und dann wandert er direkt in den Prime-Icon-SPC. Aber naja, noch lacht er, weil er jetzt glaube ich denkt, dass er jetzt hier gleich spielen darf. Ich habe irgendwann auch mal Deco Prime gespielt. Ich habe mal seine SPC-Mod und den ein paar Mal eingewechselt. Einfach, weil der halt so mega billig war. Aber naja, 87er Deko ist jetzt nicht so überragend. Aber ich habe es euch schon zum Start gesagt des Videos. Es ist eigentlich relativ egal. 87er, aber ich denke immerhin besser als im letzten Monat. 85er und wir schauen mal, was sonst noch so drin ist. Wo ist mein Naldo? Wo sind mal... Och nee. Ey, warum ist mein Account eigentlich so... Ich meine, ich erwarte ja nie viel. Okay, immerhin. EA, immerhin. Sonst wäre ich jetzt richtig böse gewesen. Ich wäre richtig böse gewesen. Ich sage es euch. Aber was ist das denn schon wieder hier? Das ist ein Top 100 Pack. Das ist nicht Elite 2 oder so, wo man zwölf Spieler mal kriegt. Naja, wir haben ein paar 86er. Ähm, ja, was soll ich da großartig drum rumreden? Ähm, ich hatte halt auf ein paar High-Rated-Spieler gehofft. Für die SBCs. Wurde leider nichts. Ähm, ja, eigentlich kann ich davon nichts gebrauchen. Immer den roten Mbodo haben wir. Auf der zweiten Seite habe ich bei allen Spielern fast gar nichts gesehen. Da war eigentlich immer Bürki als Bester. Von daher erwarte ich jetzt auch nicht mehr so viel. Und dann ist unser bester Spieler ein 86er. Aber, ja, hab's euch gesagt. Ähm, ja, ich sag mal so, wir hatten in den wöchentlichen, es war gut in den wöchentlichen mit dem Savage. Deswegen will ich mich jetzt auch nicht mega überschweren. Wir haben immerhin den roten Breel. Aber das monatliche Pack war jetzt zum zweiten Mal nacheinander ziemlich katastrophal. Egal, ähm, es ist wie es ist. Schade, Deko und hier den komischen Bürki, den will ich hier direkt schon mal weg haben. Ähm, und naja. Ich hoffe natürlich, ihr hattet ein bisschen mehr Glück. Und euch hat das Video wie immer trotzdem gefallen. Dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Ich bin raus, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.